so freunde willkommen zu einem neuen video jetzt nicht wundern dieses video besteht aus zwei teilen nämlich aus dem teil von gestern da habe ich was anderes an und dann gab es das wollte ich heute dann hochladen weil ich gestern den ganzen raum für 1892 hilft video geben wollte und heute sollte ich es wollte ich dann hochladen aber dann kam gestern noch die nachricht über union nach der mitgliederversammlung über die wir auch diskutieren wollen deswegen habe ich jetzt hier noch mal das unterteilt das video es geht jetzt hier in diesem video es ist sehr lang vielleicht gibt es wieder in reiner mumpitz der hier die kapitel drunter schreiben kann für alle die nur ein thema interessiert es geht in der reihenfolge um unsere nachwuchsmannschaften letztes wochenende wir haben die performt es geht um michi p der war beim doppelpass da muss ich auf jeden fall meine meinung zu sagen es geht um ein gerücht von davy selke zum fc köln und wie gesagt es geht um union berlin sowohl um den stadion ausbau als auch den eventuellen umzug ins berliner olympiastadion für diesen zeitraum des ausbaus der alten försterei als auch um die kennzahlen von union habe ich auch mal ein bisschen reingeschaut um vielleicht ganz grob mal ein vergleich zu geben mit unserer hertha wo es bei uns vielleicht haken könnte wenn euch diese themen interessieren bleibt gerne dran ich möchte euch noch mal darauf hinweisen weil es geht nur noch bis einschließlich morgen stimmt bitte unbedingt ich mache den link unten rein für für 1892 hilft ab den tollen verein wenn ihr das video noch nicht gesehen habt dann guckt euch bitte gerne an und teilt das noch mal von gestern wenn ihr da abstimmt bei wbs müsst ihr nur eure e mail adresse hinterlegen keine sorge die wird auch nicht weitergeben ist keine lead generierung und ich glaube die befinden sich jetzt mittlerweile auf platz 12 wenn sie platz drei schaffen dann stehen den 10.000 euro zu die alle komplett in deren projekte fließen ja also es ist eine ganz ganz tolle sache und dann könnt ihr auch helfen ohne einen cent zu bezahlen wir sind so viele mitglieder hier gucken so viele leute diese videos wenn ich mal dieses video hier drei bis 5000 klicks hat wenn jeder das macht jeder hat eine e mail adresse und sich einmal die zwei minuten nimmt und das macht dann könnte damit einen sehr sehr großen beitrag leisten viel größeren beitrag als wenn man selber spendet und gerne auch an bekannte verwandte weiterleiten dass sie das bitte einmal machen sollen wir sind doch so eine große familie mit mittlerweile über 44.000 mitgliedern da muss man ja wohl irgendwie in die top drei kommen ja der erste hat übrigens irgendwie um die 5000 stimmen das nun mal nebenbei lasst uns erst mal mit dem bericht unserer nachwuchsmannschaften beginnen und dort mit der u17 die u17 ja die war ja nachdem ähm trainereis hochgegangen ist in die u19 bisschen schwierig gestartet muss man sagen da hatte man ja fast schon angst dass die u17 absteigen könnte jetzt am wochenende mal wieder in letzter zeit läuft sehr besser ein klarer sieg gegen den 16 platzierten hansa rostock zu hause mit 5 zu 1 und das obwohl man nur eins hinten gelegen hatte 1 zu 1 dann von gottschalk 2 zu 1 von gottschalk 3 1 4 1 durch beckdemir und 5 1 dann wieder durch gottschalk gottschalk zentraler mittelfeldspieler zentraler offensiver mittelfeldspieler 16 jahre jung natürlich ich sehe ich habe die spiele nicht gesehen ich kann jetzt mir nur die statistiken angucken und auch das heißt nicht dass es mal irgendwann was im männerbereich wird wir kennen sehr sehr viele gute kicker die es dann trotzdem leider nicht im profifußball zumindest nicht in der ersten mannschaft bei uns geschafft haben aber es ist schon muss ich sagen ziemlich ansehnlich wenn man sich mal seine stats anguckt bei einer mannschaft die ja ich sag mal nicht komplett überzeugt bisher dieses jahr jetzt werden sie immer besser aber der hat elf spiele sechs tore zehn vorlagen erinnert mich ein bisschen an den jungen lucky samarczyk der ja komplett u17 und u19 auseinander geschossen hat also schauen wir mal wie sich der junge gottschalk entwickelt name name ist ja sag ich mal gibt es ja prominente prominente erscheinungen die in ähnlichen nachnamen haben wünschen wir denen auf jeden fall alles gute hertha jetzt nach dem sieg auf platz sechs gerutscht das ist ziemlich eng da im mittelfeld der tabelle muss man sagen elfter spieltag tordifferenz auch gut da gab es halt öfter mal dann siege die dann doch relativ eindeutig waren 32 zu 19 also plus 13 torverhältnis eins der besten torverhältnisse da so im mittelfeld der tabelle 17 punkte der erste abstiegs rang ist ja platz 12 bei der b junioren u17 bundesliga nordost und den belegt union mit 13 punkten also man ist auch nicht raus aus dem abstiegskampf durch diesen sieg ich glaube unsere jugendmannschaften spielen jetzt während der wm auch noch weiter da gibt es jetzt noch keine unterbrechung jetzt so früh zum winter schauen wir mal an wie sich es entwickelt aber die tendenz ist ganz klar positiv und das freut mich natürlich für unsere u17 auch sehr unsere u19 so schade ja keine niederlage bis dato und jetzt ausgerechnet gegen union am wochenende verloren auch wenn wir wieder 1 zu 0 in führung gegangen sind wieder durch gündis gündis auch so ein spieler der jetzt öfter mal über den flügel kommt obwohl er ja ich würde sagen eigentlich als zentraler mittelfeldspieler gesehen wurde da hat er ja auch in der u23 schon vier spiele diese saison absolviert aber der sticht wirklich hervor muss man sagen jetzt achtes spiel achtes tor trotzdem haben wir leider zwei zu eins verloren aber der türkische u18 nationalspieler der für die hat er übrigens auch schon vier spiele gemacht ist 18 jahre alt also empfiehlt sich auf jeden fall mal für einsätze in der u23 gerade wenn dort vielleicht mal ein paar spieler wirklich in den profikader hochrücken sollten ja schade erste niederlage trotzdem bleibt man auf platz eins mit einem punkt vorsprung auf dynamo dresden gegen die man ja im direkten duel eine woche davor gewonnen hatte 32 zu acht tore also tolles torverhältnis plus 24 22 punkte und dresden platz zwei mit zwei punkten ja schade weil union eigentlich gar nicht so eine übermannschaft ist und ausgerechnet gegen die haben sie jetzt verloren aber kopf hoch sieht sehr gut aus bisher für unsere u19 und die thronen da ja auch an der tabellenspitze auch bei hertha 2 war es erfolgreich wie bei unserer u17 an der stelle könnte man noch mal kurz erwähnen dass unsere u15 jetzt nichts falsches sagen kommen u15 hat glaube ich gegen union gespielt um fünf zu vier gewonnen ja also mache ja meistens keine berichte über die u15 aber da glückwunsch an die jungen männer zum derby sieg gegen union herzlichen glückwunsch dazu ja hertha 2 wieder zu hause gespielt die letzten beiden heimspieler hatten sehr jeweils mit fünf zu null eine klatsche bekommen jetzt ging es gegen lichtenberg ebenfalls abstiegskandidat vor 636 zuschauern und das wurde ganz souverän mit drei zu null gewonnen muss man ganz ehrlich sagen ich habe mir die zehn minuten highlights angeguckt könnt ihr gerne machen auf youtube aus sport tv also das hätte auch deutlich höher ausfallen können also lichtenberg hatte ein zwei chancen so ein spiel kann natürlich auch kippen wenn es sehr sehr lange nur 1 0 steht aber hertha hätte da auch viel höher gewinnen können also super leistung zweiter sieg in folge auch da die tendenz wie bei der u17 jetzt positiv 1 0 chovic direkt dosenöffner vierte minute schönes tor vom jungen mann ich glaube zweites saisontor und dann das zwei und drei zu null nach sieben torlosen spielen von nada elgin daui drittes und viertes saisontor der war auch sichtlich glücklich danach aber muss man ehrlich sagen elgin daui hätte locker drei oder vier tore machen können vielleicht sogar machen müssen war auf jeden fall ein richtiger aktiv posten die haben seine schnelligkeit seine technische stärke nicht in griff bekommen vielleicht kommt er jetzt endlich bei hertha 2 an und macht seine buden herzlichen glückwunsch auch an den jungen mann hertha befindet sich jetzt im mittelfeld der tabelle nach 13 spielen auf platz 11 mit 21 zu 28 toren minus sieben tore das torverhältnis aufgrund eben dieser zwei katastrophalen niederlagen jeweils 15 0 17 punkte hat man mittlerweile der erste abstiegsplatz in der regionalliga nordost ist ja der platz 15 der wird belegt vom ligakonkurrenten victoria berlin die haben deren elf punkte also auch da man ist nicht komplett aus dem abstiegskampf raus aber durch die zwei letzten siege konnte man sich schon ein bisschen absetzen von diesen abstiegs plätzen weil es wäre ja katastrophal wenn unsere zweite wirklich absteigt war auch übrigens das erste mal in dieser saison dass zweimal hintereinander die gleiche startaufstellung gespielt hat da war ja gechter dabei der hat auch ein starkes spiel gemacht hatte sogar einen schönen distanzschuss es war wieder schernd dabei den will ich jetzt endlich mal in der profi mannschaft sehen in der rückrunde dauerhaft und wenn nur auf der bank ja haxer hat wieder gespielt der hat mir auch gut gefallen auch wenn er ein tor hätte machen müssen aber der ist hat immer einen guten offensivdrang ulrich gut gespielt eitschberger war dabei hüter und so weiter und so fort also auch da positive tendenz kann uns auf jeden fall erfreuen würde ich sagen so und jetzt ja pretz im doppelpass also ich muss sagen eigentlich ist er ja eine legende der doppelpass moderator dieser ist er brückner der war hat ja auch früher mal einen doppelpass gemacht ist auch nicht eigentlich hieß es doch dass florian könig das eigentlich durchgängig machen soll aber nur gut der hat es gemacht aber ich muss sagen ob man jetzt michi p mag oder nicht ja aber irgendwie wenn ich mir den doppelpass mal wieder angeguckt habe der muss auch mal klar die haben ihren zeitplan und so weiter und auch mir fällt es ja immer schwer aber ich bin ja auch kein richtiger moderator oder journalist der muss die leute auch schon mal ausreden lassen also manchmal fand ich schon fast ein bisschen respektlos gegenüber michi p wie er ihn da mitten wenn er mal was ausführen wollte und vielleicht auch mal ein bisschen detaillierter gesprochen hätte ihn komplett unterbrochen hat aber nun gut so ist es nun mal dann gibt es ja immer diese kategorie so schaut es aus die ist natürlich sag ich mal sehr populistisch möchte ich nicht sagen aber so dass man sich daran reiben kann wo sie so ein bisschen drüber sprechen und so darstellen als ob unter michi p alles besser war obwohl er ja so ein bisschen als sündenbock dargestellt wurde ganz so ist es natürlich aber auch nicht da hieß es nämlich so ungefähr laut tenor seit michael pretz weg ist hat sich die härter von einem mittelmäßigen bundesliga klub zu einem absoluten abstiegskandidaten entwickelt was ja absoluter quatsch ist und auch absolut die halbwahrheit weil wir haben unter michi p zwei abstiege zu verzeichnen gehabt unter anderem einen abstieg nach der fast meistersaison klar er ist dann auch gleich direkt zweimal aufgestiegen da gibt es ja auch vereine die sich damit sehr sehr schwer tun mittlerweile aber trotzdem war es ja auch so dass als er dann gegangen wurde wir uns auch schon absolut im abstiegskampf befunden haben er hatte ja damals er sagt michael michael p ich sag jetzt pretz komm michael pretz hat immer beim doppelpass davon gesprochen wir haben uns dafür entschieden da könnte man auch mal so selbstkritisch sein natürlich ist es nicht in der entscheidung nur von ihm alleine aber er war der geschäftsführer sport er war am ende dafür verantwortlich und dann immer zu sagen wir naja also auf jeden fall hat er gesagt wir haben uns damals dazu entschieden eben mit dadai nicht weiterzumachen und das mit chovic versucht und da fing ja eigentlich nach einer zeit wo wir uns ja sogar für internationale plätze beworben hatten oder beziehungsweise teilnehmen durften dann der wechsel von dadai auf chovic wo man halt was neues probieren wollte aber das ging natürlich auf die kappe von michi p und dann waren wir direkt im abstiegskampf drin und dann auch das wintertransfer fenster mit klinsmann da waren wir schon im abstiegskampf also das ist quatsch dass man jetzt sagt vorher lief alles gut unter michael pretz dann ist er gegangen und seitdem sind wir im abstiegskampf das war schon mal die erste quatschaussage muss man ganz ehrlich sagen außerdem ist es ja auch so das muss man ja sagen oft ist es ja nun mal so dass bobitsch zum beispiel im gegenbeispiel wird ja bobitsch oft noch gesagt er hat die eintracht dazu geführt dass sie jetzt auch champions league spielen können die grundlagen gelegt und das stimmt wahrscheinlich auch ja er wird es nicht alleine gemacht haben aber es ist schon so dass eben bei der management position entscheidungen und hebel die gelegt werden sich nicht unmittelbar auswirken sondern es dauert halt schon immer eine zeit deswegen kann man auch nicht sagen wenn ein manager weggeht und neuer kommt dass es alles sein verschulden gerade wir sagen ja das sagt der kai bernstein auch selber wir haben eine große erblast bekommen und auch bobitsch schon anfang an natürlich musste er transferüberschüsse erzielen und so weiter da kann man jetzt nicht sagen das ist alles die schuld von dem neuen manager also erst daran ihr wisst ich bin einer der sehr sehr großen bobitsch kritiker aber kannst du mir jetzt nicht das alles anlassen und sagen ja vorher lief alles super das ist ja absoluter quatsch meiner meinung nach zumindest und wie gesagt in frankfurt wird ja bobitsch auch oft noch dafür gelobt dass es jetzt so gut läuft weil er so gute arbeit geleistet hat und dementsprechend muss man dann eben auch mal so selbstkritisch sein aus michael pretz seiner seite und sagen ja er hat hat diesen untergang halt wirklich mit eingeleitet ja was ich auch ein bisschen schwach fand dann wurde natürlich viel über klinsmann gesprochen klinsmann hat ihn ja damals als pfeife bezeichnet und so weiter das war für mich schon wieder ein bisschen ausreden mäßig von michael pretz der sagt dann einfach tatsächlich so wortlaut mäßig jetzt nicht zitat sagt er ja klinsmann wurde damals ohne wissen von gegenbauer und von präsidium gremien und auch geschäftsführung in den verein geholt das war ja damals so es war ja wie so eine art berater von winters er hat ihn ja damals reingeholt in den aufsichtsrat und dann haben wir einen trainer gesucht weil schowitsch halt nicht geklappt hat und dann war er eh schon im verein und dann kann er ja auch trainer machen so hat er seine entscheidung begründet also erst mal finde ich das mega unprofessionell wenn man sagt wir suchen neuen trainer kurzzeitig weil er wollte ja langfristig auch nicht mit klinsmann zusammenarbeiten sondern langfristig dann eben neuen trainer suchen bloß es war keine zeit da weil schowitsch halt gerade entlassen wurde aber dann irgendwie zu sagen naja dann war der unruhestifter quasi eh schon im verein dann kann er ja auch trainer machen also das ist für mich wirklich sehr sehr viel ausrede sehr sehr viel ausrede und nicht gerade selbst reflektieren von michael pretz natürlich muss er jetzt schauen dass er steht ja wenn man sich mal so umhört in der fußballszene absolut als sündenbock da michael pretz für den untergang von hertha und natürlich muss er das auch versuchen irgendwie abzuwenden weil sonst kriegt er auch kein neues engagement er ist ja jetzt schon relativ lange frei er sagt ja schon seit über einem jahr erst bereit für eine neue aufgabe noch hat es nicht geklappt ob er das jetzt abgelehnt hat oder er nichts bekommen hat das sei mal dahingestellt ich glaube aber nicht dass die klubs bei ihm schlange stehen um ihn zu engagieren als manager das muss man auch mal so ehrlich sagen also die aussage fand ich ein bisschen schwierig natürlich hat pretz aber damit recht wenn man sagt das ist wirklich ein absolutes unding wie der abgang dann war das hat er dann auch noch mal gesagt er meinte das ist eigentlich so eins der schlimmsten geschichten der bundesliga wie ein trainer seine mannschaft den verein so im stich lassen kann nur bei ihm da gewisse sachen nicht passen und das stimmt da muss ich natürlich michi auch mal recht geben an der stelle also unfassbar unmöglich glaube auch das wird ein grund sein warum er warum klinsmann sehr sehr schwer haben wird neuen job zu finden zumindest in der bundesliga hat er so viel verbrannte erde zumindest mal bei hertha hinterlassen dann wurde auch noch mal auf die tagebücher so angeschnitten aber gut diese tagebücher habe ich schon mal gesagt wenn er die selber veröffentlicht hat natürlich absolut schlimm dass er aber sich notizen darüber macht welche spielern mehr wert haben und welche eben nicht die dürfen dann halt nicht an die öffentlichkeit geraten finde ich an sich nicht falsch ich glaube sowas macht jeder der in neues berufsleben kommt ich glaube auch dass ein bobitsch das gemacht hat ja ein bobitsch wenn der neu reinkam wird sich auch genau notiert haben mit wem will ich weiter arbeiten wer bringt uns weiter wer bringt uns nicht weiter ja also das ist ja erstmal nicht das fatale sondern dass es dann eben veröffentlicht wurde ja dann ging es auch noch mal darum wie kommt kam man denn darauf windhorst zu installieren und da hat dann pretz eben darauf verwiesen ja mit kkr lief es so gut das ist eine blau pause gewesen also quasi das exempel dafür wie man trotz 50 plus 1 sehr sehr erfolgreich mit einem investor zusammenarbeiten kann und aufgrund dieser basis hatte man sich dann entschieden eben kkr die anteile abzukaufen woraus er meines wissens nach diese anleihe entstanden ist die wir jetzt auch zurückbezahlen müssen und dann eben einen größeren investor ins boot holen in dem falle eben mit las windhorst und da hatte man hat er dann auch noch mal erklärt wie war es geplant es waren ja insgesamt 374 millionen in verschiedenen tranchen und es war geplant 100 millionen in alte verbindlichkeiten 100 millionen in spielertransfers sowas muss natürlich aber langfristig passieren und der rest halt noch für infrastruktur weil eben danach gefragt wurde wie kann es sein dass das ganze geld weg ist und dann hat er eben gesagt ja deswegen hatte man sich dann weil die tranche von über ich weiß nicht 200 millionen dann im winter kam hatte man sich dann entschieden dort die transfers durchzuführen aber das ist ja der größte fehler überhaupt ich habe schon oft gesagt aus meiner sicht ist das winter transferfenster völlig ungeeignet um große investitionen langfristig durchzuführen es gibt nur eine handvoll von liegen wo du erstmal ablösefrei spieler holen kannst da fängt schon mal an dann ist es immer so dass wenn du gute spieler holen willst die bei ihren vereinen leistungsträger sind dann wird dieser verein diesen spieler entweder nur völlig überteuert abgeben oder abgeben weil der vertrag im sommer ausläuft und es die letzte chance ist spieler zu verpflichten die meisten spieler die du da holen kannst sind dann dementsprechend eben spieler die bei ihrem verein sich eben nicht richtig durchsetzen können und auch für die haben wir überteuerte preise bezahlt und es war auch ganz lustig als dann michael pretz über diese transferphase geredet hat wie er ganz bewusst zuerst nur mal zwei namen genannt hat wo es nämlich gut jetzt ausgegangen ist er sagte ja wir haben dann im winter matthäus kunja geholt und lukas zusar weil er eben ganz genau weiß das sind eben spieler wo man sagt das waren gute transfers ja auch wenn die damals natürlich auch völlig überteuert waren war natürlich vor corona und erst danach hat er dann noch über piontek und so weiter gesprochen und auch muss man sich fragen warum hat michael pretz das wird hat er alles gar nicht kritisch beleuchtet warum hat er denn im trainer der im winter ja nur kurzfristig übernehmen sollte nämlich klinsmann dann diesen wunsch mit santias kasiba erfüllt ja wenn ich weiß ich werde im sommer wieder mit einem neuen trainer zusammenarbeiten warum hole ich dann irgendwelche wunschspieler für einen kurzzeittrainer selbst wenn er jetzt selber von santias kasiba überzeugt war diese summe von zehn bis zwölf millionen als ablöse im raum für den zweitligaspieler war ja sowieso schon völlig überwitzig egal wie gut er dann am ende auch teilweise für uns war ist diese summe niemals gerechtfertigt gewesen aber zum zweiten ich gucke doch dann erstmal nach dem trainer und ein grund mehr in dieser transferphase nicht das ganze geld rauszuhauen ist doch das kann man ja auch einem investor erklären wir haben im sommer dann eine neue trainer lösung und vielleicht wäre es besser mit dem natürlich sollte auch ein verein so funktionieren dass man spieler nicht nur auf wunsch eines trainers holt gerade wenn man fünf trainer in zwei jahren verballert hat aber wenn man dann eine langfristige lösung hat wie jetzt mit sandro schwarz dann versucht man doch spieler zu holen die in sein spielsystem passen und das konnte man ja im winter noch gar nicht wissen also völlig irrwitzig und für mich hat michael pretz darauf gar keine antwort gegeben wie gesagt trotzdem für mich auch nicht gute geführte moderation weil er hat immer wieder unterbrochen wurde wenn er vielleicht mal detaillierter werden wollte aber ich muss sagen auch nach der langen zeit wo er viel zeit hatte sich die argumente für sich zurechtzulegen kam da nicht wirklich viel an er hat dann selber auch noch mal gesagt er hat ein verein hinterlassen der wirtschaftlich stabil war und dann natürlich auch durch corona ist das alles ein bisschen aus dem ruder gelaufen aber das ist wirklich nur die halbe wahrheit man kann bobitsch für die zeit wo er hier so viel kritisieren wie man will man kann auch sagen ey der hat haben sie gestern auch noch mal im doppelpass gesagt oder vorgestern die haben 80 neue mitarbeiter eingestellt auf bobitsch entscheidung 40 davon im sportlichen bereich ist das wirklich nötig wenn man die finanzkennzahlen sieht macht man sowas direkt in seinen ersten anderthalb jahren auch bobitsch der damals falls ihr euch erinnert noch bei der pressekonferenz dieser ausschnitt wurde auch noch mal gezeigt der der damals gesagt hat fünf trainer in zwei jahren so kann man nicht erfolgreich sein er hat selber vier trainer in anderthalb jahren jetzt geholt auch der hat natürlich viele fehler gemacht auch der hat natürlich wenn man sich das angucken er hat kunja verkauft weil wir einen transferüberschuss brauchten hat dann für sieben millionen richter für acht millionen serda für vier millionen maolida kauft kann man jetzt fragen wie gut sind diese transfers wie viel kosten die im jahr personalkosten die so krass angestiegen sind von 97 millionen sind meiner meinung nach aber nicht nur auf bobitsch zurückzuführen sondern das sind extreme altlasten alleine eben durch spielerverträge von davy selke ich kann es nur immer wieder sagen der vier millionen verdient und auch der vergleich war ganz gut im doppelpass sie haben eben gesagt der spieleraufwendung im jahr von 97 millionen wo natürlich auch noch die verwaltung mit rein zählt ist klar aber 97 millionen das ist der etat von eintracht frankfurt die damit in die champions league gekommen sind also das muss man schon sehen und das ist natürlich eher kein verschulden gewesen von bobitsch auch wenn der natürlich auch viele fehler gemacht hat er zum beispiel bojata verlängert ich will nicht wissen was der verdient hat und auch er hat viele spieler geholt die wahrscheinlich auch nicht nur zehn euro die stunde verdienen die einfach mal überhaupt keine rolle spielen siehe maolida lee sona und co also man kann bobitsch nicht von einer von einer schuld freisprechen aber ich glaube dieser große finanzielle verlust von 210 millionen minus innerhalb von drei jahren den kann man auch nicht nur auf corona zurückführen und kann man nicht nur aufs neue management zurückführen da ist für mich ein sehr sehr großer anteil der überwiegende anteil wirklich altlasten die eben von michael prez verursacht wurden und die eben aufgrund der manager position wo alles nicht sofort zum tragen kommt erst ein paar jahre später zum tragen gekommen sind ja was auch noch mal ganz interessant war prez sagte auch dass klinsmann immer mehr macht im verein wollte das war ja damals auch schon zu spüren der wollte sich da so sein eigenes kleines imperium schaffen und war ja auch nicht schlecht mit windhorst also wer weiß ob das ist jetzt nur spekulation von meiner seite wenn man jetzt in der retrospektive guckt was was windhorst alles gemacht habe ich habe ja immer versucht so während der zeit auch seine sicht zu verstehen aber wenn man jetzt die vergangenheit sich anschaut muss man ja schon sagen es wirkt alles sehr danach als ob windhorst einfach trotz 50 plus 1 versucht hat sehr viel macht im verein zu bekommen und das hat eben auch klinsmann versucht und da weiß man ja auch nicht wie wie sehr und eng der dann eben die wünsche eines investors umgesetzt hätte ja und das führte eben am ende dazu was auch noch mal ganz interessant war der moderator was ich auch schon gesagt habe von doppelpass sagte dann eben auch was passiert denn wenn hertha absteigt dann kriegt man ja lizenzprobleme sogar für die zweite liga viele von euch sagen ja ich glaube die kennzahlen sind gar nicht so schlimm da sind auch viele abschreibungen mit drin das müsste man sich detailliert anschauen ich glaube schon wenn jetzt wieder ein sehr sehr hohes minus für die folgesaison prognostiziert ist und wir 210 millionen euro verluste innerhalb von drei jahren erwirtschaftet haben womit wir mit einer der schlechtesten bundesliga vereine überhaupt sind muss man schon sagen dass es eine sehr sehr instabile situation ist und ich bin wirklich gespannt das habe ich jetzt auf der mitgliederversammlung nicht so genau mitbekommen außer dass man es im großteil eben gesagt hat was denn die pläne sind um eben dieses minus zu verhindern in den folgenden jahren ja also eine sache ist ja schon voll im gange dass man eben in der lizenzspieler abteilung schaut man holt günstigere spieler mit geringeren gehältern und versucht die teuren spieler loszuwerden das ist klar wir wollen mentalitätsspieler verpflichten das hatte bobitsch auch gesagt eben nicht die teuren spieler die können wir uns nicht leisten aber darüber hinaus muss halt auch noch mehr passieren wir müssen mehr einnahmen generieren wir müssen ja auch sehen dass dieses dass diese aufwendungen von über 200 millionen im jahr ja zu einem großteil eben nicht nur aus der lizenzspieler abteilung kommen also da sind eben sehr sehr viele kosten die eben noch drum herum sind und muss man eben auch schauen wie man die reduziert aber auch da sagt der tom herrich thomas herrich dass wir eben schauen müssen eine neue ausgaben kultur hinzubekommen und jede jeden kostenpunkt zu hinterfragen nicht nicht ohne grund hat man jetzt dieses loll team eingestellt aber du musst halt auch wirklich überfragen was ist mit diesen ganzen neue einstellung von von bobitsch 80 menschen selbst wenn die alle nicht wahnsinnig viel verdienen braucht man die wirklich alle braucht man die wirklich alle um erfolgreich zu sein das ist von außen halt sehr sehr schwer abzuschätzen was auch noch mal ganz interessant war wie bretz das dann so ein bisschen begründet hat er sagte dann auch noch mal das war ja auch eine sache wo wir immer sehr unzufrieden mit bretz und gegenbauer waren ja er hat die mannschaft stabilisiert wir sind nach europa europa gekommen wir standen finanziell gut da aber das reicht ja in berlin immer nicht das anspruchsdenken in berlin ist einfach zu groß wo ich auch immer nur noch mal sagen kann das anspruchsdenken kann in der bundesliga nicht zu groß sein jeder kann dort jeden schlagen wir sehen immer wieder dass mannschaften mit geringen kaderwerten mit geringen etats trotzdem oben mitmischen und sogar international spielen können egal welcher der klubs das jetzt ist und dann immer zu sagen man ist dann am ende vielleicht auch an der erwartungshaltung von berlin gescheitert ist mir dann doch ein bisschen zu wenig natürlich ist die erwartungshaltung hoch wobei die sich ja auch schon extrem gesenkt hat in den letzten jahren muss man sagen aber natürlich strebt man als so ein großer verein mit mittlerweile fast 45.000 mitgliedern mit einem zuschauerschnitt von über 55.000 mit so einer jahrelangen tradition natürlich strebt man danach mehr und gerade eben wenn die kaderwerte so hoch sind dann musst du doch nach mehr streben ja also auch das für mich fällt er so in dem bereich etwas viel ausreden also alles in allem natürlich muss prez auch irgendwie sein gesicht wahren kann ich ihn nachvollziehen ich habe jetzt auch kein hate oder so gegen prez er war halt als spieler deutlich besser als als manager muss man sagen aber trotzdem kann ich nicht alle aussagen so stehen lassen aus meiner sicht von außen betrachtet und sagen dass unter seiner zeit in dem sinne alles viel viel besser war also das ist für mich auch quatsch trotzdem muss bobic sich jetzt an seinen ersten jahren messen lassen und dann müssen wir mal schauen wie es weitergeht weil einfacher wird es für ihn definitiv nicht im gegenteil irgendwann müssen halt mal mehr als die hälfte der spielertransfers auch wenn sie günstig sind sitzen für mich ist es derzeit eher so dass weniger als die hälfte der spielertransfers sitzen eigentlich kann man an einer hand abzählen was gute transfers waren und das bei so vielen transferbewegungen apropos transferbewegungen selke wie gesagt bei köln jetzt tatsächlich ein gerücht laut bild wie die das mit dem gehalt realisieren wollen ist für mich so ein bisschen die frage die haben natürlich gehalt durch modest eingespart die hätten ihm ja wohl auch noch mal eine richtige aufstockung gegeben aber das war ja auch ein spieler der in dem system absolut funktioniert hat will man jetzt wirklich all sein geld was man ja sonst im kader nicht so wirklich viel ausgibt für einen selke ausgeben natürlich könnte ich mir schon vorstellen dass er dort mehr funktioniert als bei uns weil köln kommt über tiefe tiefenläufe bis zur grundlinie und dann flanken von kainz oder eben jetzt auch von linden meiner in die mitte wo selke natürlich als kopfballspieler starker spieler zu vielen chancen kommt könnte mir auch vorstellen dass ein selke besser ist als ein tiges oder ein adamian für den spielstil von köln andersrum hat er ja auch schon bei werder bremen gezeigt dass es für ihn schwer fällt bei einer mannschaft zu spielen die im abstiegskampf ist und ich glaube da wird köln diese saison wieder landen köln braucht aber einen ersatz wenn man sich das jetzt anguckt adamian in der liga nur ein tor wir haben es am wochenende gesehen auch ein tiges für mich jetzt einer der schwächeren bundesliga stürmer auch wenn der sich immer reinhaut auch wenn er ein koloss ist aber ist jetzt auf jeden fall für mich kein goal getter drei tore gemacht andersson fehlt noch sehr lange hat er eine meniskus op diez der mir eigentlich ganz gut gefallen hat noch so als stoßstürmer auch mit einem kreuzbandriss also die müssen sich da wahrscheinlich auch verstärken und wenn sie halt den davy selke günstig bekommen könnten es hieß ja schon wir würden ihn wahrscheinlich sogar verschenken um das gehalt zu sparen dann kann ich mir schon vorstellen dass es für köln doch nochmal interessant wird wenn sie ein ablöse frei holen oder vielleicht für eine mini sechsstellige summe von 100 oder 200.000 euro ablöse selke muss ist jetzt an so einem scheideweg glaube 27 jahre ist er alt hat bei den letzten zwei bundesliga klubs nicht funktioniert oder bei uns nur am an nur am anfang will er jetzt weiter ansatzweise so viel verdienen wie bei uns dann muss er auf jeden fall eine andere liga gehen dann würde ich sagen zweite englische liga oder irgendwie so ein ausland wie hier nahe osten oder china oder so macht sinn auch wenn es noch sehr sehr früh einer karriere ist oder halt usa wenn es da angebote gibt wenn er aber nochmal auf bundesliga bühne funktionieren will dann muss er halt krasse abstriche im gehalt machen und dann glaube ich auch nicht dass es da viele vereine gibt die absolut schlange stehen also ich bin gespannt bin auch sehr gespannt ob er dann auf einmal wieder abgeht und am ende noch wieder gegen hertha knipst und köln damit aus der krise schießt wenn es so kommen sollte oder ob er da genauso scheitert wie bei uns am ende oder bei werder bremen ja schauen wir mal wie realistisch das dann tatsächlich ist ich weiß nicht so ganz ob er auf so viel kohle verzichten will man muss sich bedenken wenn er ein jahresgehalt von vier millionen hat auch wenn da viel boni mit einberechnet sind sagen wir mal er kriegt jetzt für ein halbes jahr noch anderthalb millionen bin mir sicher dass er bei köln vielleicht die hälfte bekommen würde ja muss er sich auch fragen will er auf so viel geld verzichten andersrum hieß es ja in den verschiedensten medien dass er langsam auch keinen bock mehr hat auf der bank zu sitzen hat jetzt lange genug geld verdient um als ergänzungsspieler zu wirken vielleicht hat er jetzt einfach mal bock und köln wäre halt ein klub wo er wirklich die chance hätte nochmal strammespieler zu werden schauen wir mal wie realistisch dieses gerücht ist es werden jetzt wieder viele viele gerüchte auftauchen wovon dann am ende nur ganz ganz wenige tatsächlich auch umgesetzt werden jetzt war es ja unter bobic sogar eigentlich ja richtig gut dass die spieler die gekommen sind da gab es gar keine gerüchte zu da wusste man dann vielleicht einen tag vorher drüber bescheid bevor es fix war wenn überhaupt oder er war dann auf einmal da wie in schon jetzt schauen wir mal was das stimmt aber es macht ja wie immer spaß darüber zu debattieren ob das passen würde und ob das aus unserer sicht vielleicht realistisch ist ja Mitgliederversammlung oder Jahreshauptversammlung wie auch immer man es nennen will bei Union Berlin war wohl am 14.11 ich glaube im Tempodrom ungefähr so in der Größenordnung wie bei Hertha waren wohl rund 1400 Leute da und ja Union jetzt mit einem Plus erwirtschaftet 122 Millionen Einnahmen Ausgaben halt geringer sodass man ein Plus das erste Mal von 12 Millionen erzielen konnte wodurch die haben auch relativ hohe Verbindlichkeiten ich glaube über 70 Millionen konnten sie reduzieren könnte jetzt sein dass das erste Mal das Eigenkapital bei denen positiv ist interessant war für mich dabei zu sehen wie das so aufgesplittet ist die machen 122 Millionen Einnahmen und das war ein Rekordjahr für Union wir gegenüber hatten 147 Millionen Einnahmen und machen damit 90 Millionen Minus ja das muss man sich mal vor Augen führen und ich hatte ja schon mal so angedacht naja vielleicht ist das Verhältnis auch nicht so ganz okay vielleicht geben wir einfach viel zu viel für Spieler aus und dann wird ja alles besser in Zukunft weil die ganzen teuren Gehälter fallen ja weg und dann geben wir viel weniger für den Lizenzspieler Bereich aus und da fließen ja die eigentlichen Kosten hin aber das ist ja nur ein Teil des Ganzen jetzt habe ich mal geguckt bei Union wurde wohl veröffentlicht dass ein Großteil der Ausgaben von rund 110 Millionen für Lizenzspieler auch eben ausgegeben wurde und das war in dem vergangenen Jahr 43 Millionen Euro Etat für die Profis was rund 40 Prozent der Ausgaben entspricht bei Hertha waren es jedoch 227 Millionen Ausgaben insgesamt ja was einfach schon mal das Doppelte ist an Ausgaben wo man sich fragt wie kann das entstehen und davon eben 97 Millionen für die Lizenzspieler Abteilung die Verwaltung und auch die Fußballakademie das kann natürlich jetzt sein dass das nicht ganz passt weil bei Union ging es ja nur um die Lizenzspieler Abteilung ich weiß nicht was da noch alles mit einberechnet wird aber auch wir sind ungefähr in so einem Bereich von 43 Prozent also ungefähr haut es hin ja unter der Hälfte geht auf den Lizenzspieler Bereich das ist aber eigentlich gar nicht so gut wenn man mal ehrlich ist weil wenn wir so hohe Ausgaben haben der Kader allerdings verhältnismäßig passt ja dann müssen wir ja nicht nur beim Kaderwert abnehmen sondern wir müssen auch die Gesamtkostenstruktur drastisch reduzieren ja daran sieht man also wenn es jetzt so gewesen wäre dass unsere Personalkosten im Lizenzspieler Bereich sage ich mal irgendwie 70 Prozent betragen würden dann wäre es in dem Sinne ja relativ einfach man darf sich natürlich nicht kaputt sparen aber alle teuren Gehälter weg günstigere Spieler einkaufen dann hast du das Problem gelöst dadurch dass wir aber vom Verhältnis her ja ähnlich sind wie bei Union die aber eben fast nur die Hälfte an Ausgaben haben müssen wir wirklich schauen dass müssen wir wirklich schauen dass wir in allen Bereichen mega einsparen das heißt es muss auch drastisch gespart werden im Bereich außerhalb der Lizenzspieler Abteilung also tja ich weiß nicht wie viel damit am Ende dann mit den Einstellungen von Bobic zusammenhängt wo diese krassen Kosten entstehen ja also ich finde es immer noch völliger Wahnsinn wenn wir von 227 Millionen Euro Aufwendung ausgehen das sind 130 Millionen Euro die nichts mit der Lizenzspieler Abteilung zu tun haben das ist mehr als die gesamten Einnahmen von Union sind unsere Ausgaben außerhalb der Lizenzspieler Abteilung also wirklich erschreckend nur mal um diesen Vergleich zu ziehen aber wir wissen natürlich auch Union ist da eine der überperformendsten Mannschaften es gibt ja da gab ja da mal so eine Auswertung von irgendwelchen Wirtschaftsfachleuten die gesagt haben Union war schon letztes Jahr das Team das Preis-Leistungs-Verhältnis-mäßig wenn man es mal ganz einfach auf Deutsch runterbrechen will das Maximum rausholt ja also absoluter minimaler Aufwand maximaler Ertrag aber es ist schon krass wenn man diese Zahlen so sieht ja jetzt kommt es wohl so weit Union wird eine Option ziehen die es ihnen möglich macht laut des Erbbaurechtvertrages oder Erbbauvertrages das gesamte Stadion Gelände zu kaufen also das gehört dann auch noch Union da muss dann auch keine Miete oder Pacht mehr gezahlt werden das gehört ihnen dann auch noch der Präsident sagte hatten sie vorher nie Geld für jetzt haben sie das Geld können sie auch noch kaufen und jetzt wollen sie tatsächlich das Stadion ausbauen jetzt circa 22.000 Plätze mussten ja schon öfter wenn sie international gespielt haben ins Olympiastadion umziehen jetzt wollen sie auf 37.700 Plätze ausbauen und das ist bisher wohl immer zum einen an Geld gescheitert aber auch an dem Verkehrskonzept das nicht gewährleisten konnte das einfach nicht ausreichend war sodass es da keine Zustimmung gab jetzt soll das Verkehrskonzept wohl ausreichend sein sodass man plant 2024 2025 den Umbau stattfinden zu lassen laut des Präsidenten ist die Bauzeit auf 14 Monate taxiert also mehr als ein Jahr was bedeuten würde sie müssen ein Jahr umziehen und da berichtet jetzt RBB Tagesspiele alle berichten darüber ich weiß nicht was die Urquelle war auf jeden Fall war es ja auch bei der Mitgliederversammlung so gesagt dass sie dann ins Olympiastadion ziehen werden ja und da werden wir wahrscheinlich einfach mal gar nichts gegen machen können und ich finde das einfach nur muss ich wirklich sagen absolute Katastrophe ich kann es ich bin nicht nah genug dran aber ich finde es einfach katastrophal dass wir seit weiß ich nicht wie lange versuchen irgendwie in Berlin das durchzukriegen dass wir unser eigenes Stadion bauen es gibt immer irgendwelche Gründe warum es nicht geht und da kann ich auch nicht glauben dass wir da nicht ausreichend dran sind oder das nicht gut genug ausarbeiten es gibt immer irgendwelche Gründe und bei Union klappt gefühlt immer alles kann jetzt natürlich auch sein dass es meine Hertha Brille ist dass ich mich da ungerecht behandelt führe und weil mir das natürlich mega sauer aufstößt ganz ehrlich dass die da jetzt ein ganzes Jahr in unserem Stadion spielen sollen finde ich absolutes Unding Ja und uns werden wir hier die ganze Zeit blockiert ich hatte mich noch gefreut als Kai gesagt hat ja spätestens nächsten Sommer werden wir wissen wie und ob es klappt mit dem eigenen Stadion wir werden aber wahrscheinlich noch bis 2029 2030 im Olympiastadion sein ja wenigstens hatte man einen Horizont vor sich auch wenn ich da schon gesagt habe naja wahrscheinlich wird es eh wieder so sein dass wir nur hingehalten werden und dann geht es wieder aus irgendwelchen Gründen doch nicht wobei er ja meinte dass ihre Spranger sich da ja dass sie will dass wir ein eigenes Stadion bekommen aber es ist einfach wirklich ätzend ich weiß nicht wie die Union alle sehen ob die das jetzt schlimm finden das dann in unserem Wohnzimmer zu machen ich glaube eher nicht wenn sie danach ein neues dicke Stadion dahin gebaut bekommen ich finde es absolut katastrophal Planfeststellungsverfahren kann jetzt wohl beginnen wovon dann ja das Baurecht auch abhängt ist halt alles noch nicht durch ist ja auch noch nicht durch die müssen ja dann müssten ja dann das auch mit dem Olympiastadion vereinbaren es müsste ja dann auch später im Spielplan berücksichtigt werden ich meine wenn man sich das so anguckt wie der Rasen im Berliner Olympiastadion nach einer Halbserie immer aussieht dann frage ich mich wie das sein soll wenn da zwei Mannschaften spielen am besten noch eine international hoffentlich wir also absolute Katastrophe absolute Katastrophe für mich ich meine wir haben es ja jetzt auch überlebt als sie international bei uns im Stadion gespielt haben aber wenn du dir das vorstellst dass die dann da jedes Mal hinziehen mir wäre ja am liebsten wenn sie in irgendein anderes Stadion ziehen würden es wird alles wieder nicht gehen weil sie eventuell international spielen oder weil das weil die anderen Stadien nicht Bundesliga konform sind von der Ausstattung aber ganz ehrlich dann sollen sie nach Cottbus gehen oder so ich habe keine Ahnung aber ich finde es furchtbar die Stadt Berlin freut sich wahrscheinlich die hat ja sowieso keinen Bock dass Hertha aus dem Olympiastadion raus geht jetzt haben sie noch mal eine Saison wo sie sogar zweifache Einnahmen haben so viel Geld haben sie noch nie mit dem Olympiastadion verdient weil die müssen ja da auch die Miete dann bezahlen also ganz ganz schlimm ich glaube das wird keinem Hertha anders gehen für meine Begriffe Union leider auch wieder die Mitgliederzahlen gesteigert gut das ist für mich ein cooler Wettkampf eigentlich die sind jetzt bei 48.364 Mitgliedern wir waren ja auch bei einem Rekord von 44.211 Mitgliedern ich hoffe dass wir sie vielleicht innerhalb des nächstes Jahres mal einholen wir haben ja auch steigende Zahlen bei den Mitgliedern dann nochmal mein Appell an euch alle ich freue mich immer so sehr wenn ihr mir das schreibt dass die Community die Videos euch dazu gebracht haben Mitglied zu werden ey wenn ihr wenn ihr irgendwie den Verein unterstützen wollt nicht fragen was was habe ich davon da hat man auch ein paar Sachen von aber wenn ihr irgendwie den Verein unterstützen wollt wenn ihr wirklich Hertha-Fans seid dann werdet da Mitglied in Zukunft kann sich das auch lohnen schon jetzt ist es ja so dass man für gewisse Spiele echt Probleme kriegt an Karten zu kommen wenn man kein Mitglied ist und keine Dauerkarte hat also werdet Mitglied vielleicht schaffen wir es die beiden zu überholen ja also das sind so ist so die neue Faktenlage ich wie gesagt ich ich bin da ja nicht drin ich weiß ja nicht ob das an uns hapert weil wir das nicht gut genug vorstellen ich habe immer das Gefühl die Politik hält uns hin ich habe immer das Gefühl bei Union klappt irgendwie alles was sie machen möchten da geht immer alles durch und am Ende arbeiten da ja auch Menschen man hat es ja auch in der Corona-Pandemie gesehen die Auslastung von der alten Försterei während wir in der gleichen Stadt gespielt haben und eine geringere Auslastung von einem viel weitläufigeren Stadion haben durften also alles nicht erklärbar daran sieht man ja einfach dass teilweise einfach mit zweierlei Maß gemessen wird ich bin gar kein Freund davon ich will jetzt nicht rumjammern und immer sagen ey es ist alles so ungerecht die dürfen alles wir dürfen gar nichts das will ich gar nicht mich nervt es einfach nur wieder hier muss ich wirklich sagen weil ich damit jetzt auch ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm dass sie das jetzt hier noch umbauen wollen ich hätte mir gewünscht dass sie es vielleicht mal irgendwann umbauen dann können sie gerne ins Olympiastadion ziehen aber erst dann wenn wir ein eigenes Stadion haben das wäre ja dann auf jeden Fall nicht der Fall schauen wir mal vielleicht vielleicht ist es ja dann am Ende doch so dass das Verkehrskonzept nicht ausreicht vielleicht brauchen sie ja genauso lange wie wir für eine Genehmigung und dann sind wir vielleicht schon raus wenn sie umbauen und es geht alles nicht bis 20 24 25 das wäre natürlich ein Traum aber in einer Saison gleichzeitig mit denen da zu spielen ist für mich auch was völlig anderes als zum Beispiel damals bei 1860 und bei Bayern München weil die ja zusammen quasi das mit der Allianz Arena realisieren wollten das ist ja dann zusammen entstanden diese Idee Olympiastadion ist ja seit Ewigkeiten die Heimstätte von Hertha ja das ist einfach seit Ewigkeiten so und definitiv nicht die Heimstätte von Union schauen wir mal wie sich das alles noch entwickelt schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren ich hoffe das Video hat euch trotzdem gefallen war jetzt ein sehr sehr langes Video aber eben dadurch zustande gekommen dass es aus zwei Teilen zusammengesetzt wurde bin morgen und übermorgen nicht in Berlin werde aber trotzdem streamen heute Abend sind wir bei Flo von der Strickloge online ich glaube 20 Uhr 20 Uhr 30 danach streamen wir noch bei mir wir können uns den Talk von der Mitgliederversammlung zusammen reinziehen wenn ihr Bock darauf habt wir können Transferupdate gucken es gibt auch noch ein paar andere Videos auf die ich reacten will also wird ein langer und guter Stream heute Abend morgen wie gesagt und übermorgen kann ich noch nicht garantieren dass ein Video kommt aber was natürlich auch noch kommt mindestens zwei Teile wahrscheinlich eher drei Teile Analyse der bisherigen Saison ja bis zum Break jetzt auch wenn eigentlich ja die Hinrunde noch nicht vorbei ist nach 16 Pflichtspielen wie sieht es statistisch aus was hat sich verbessert unter Sandro Schwarz das hat sich nicht verbessert wie sehen wie kann man die Transfers bisher bewerten von Bobic alles das wie es kennt immer nach den Halbserien gibt es natürlich wieder von mir in mehreren Teilen kommt dann auch alles im Laufe der Zeit und dann gibt es natürlich bald die muss ich aber mich noch drum kümmern weil das sehr sehr aufwendig wird die Classics ja ich glaube wir fangen in der Saison 96 an wo ich gesamte Saisons Revue passieren lasse mit auch teilweise Zeitzeugen weil ich ja da noch gar nicht im härter Bereich unterwegs war in meinen ganz 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 kleinen Jahren und auch Videos zu Hertha Legenden wie zum Beispiel den Josef Simonetschen mal vorzustellen und so weiter das kommt auch alles also euch wird nicht langweilig auch wenn ihr nicht WM guckt wenn ihr WM guckt dann wird euch ja sowieso nicht langweilig und ja in diesem Sinne hao he bleibt weiter so gut gelaunt wir haben immer noch den 2-0 Sieg im Nacken und das bleibt jetzt auch zwei Monate so bis dann ciao Bis dann!